Ich weiß, ich könnte mir auch aus Holz das machen, aber ich brauche das heute zur Zeit. Sehr, 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 sehr dringend. Einsammeln. So. Ah. Ich weiß, es ist sehr, 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 sehr dunkel. Früher war mal das Kohle-Super-Eigene sehr viel kniffliger, da der Kohle-Vorrat in den Höhen immer sehr, sehr, sehr gering war. Das wusste ich noch. Derzeit habe ich auch schon Minecraft gespielt. So, jetzt machen wir uns erstmal hier so eine Wutten-Blänk-Bäm-Kiste, damit wir uns erstmal ein bisschen so Dinger machen können. So, 16. Komm, machen wir uns Bäm. 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 So. Leuchten wir mal aus hier. Bis zum Ausgang hin wird ausgeleuchtet. So. Passiert eigentlich was? Aha. Also hier drinnen jammert nichts rum oder so oder nöt. Was brennt denn da? Ah, wir sind hier wieder beim Ausgang dran. Da brennt ein Skelett durch die schöne Sonne. Die Sonne ist halt unser bester Freund. So, danke. Ich gehe hier runter. So, dann nehmen wir das hier noch weg. Das hauen wir noch weg. Und dann würde ich mal meinen, dass das da hinten ist so gut ausgefüllt. Dann gehen wir mal runter hier. Uh. Auf die Tür. Da ist Eisen. Und so schnell finden wir wieder unsere Materialien. Pff. Ach, meine Aussprache soll ganz schön... Ach, nee. Das ist Dreck. Das kann ich nicht als Eisen verkaufen. Die jagen mich. Das müsste jetzt eigentlich 1.9 sein. Ich bin mir nicht sicher. Es steht nichts mehr da. Jetzt ist das die Vollversion. Also ich habe was geupdatet. Also. Cool. Wir haben die Vollversion. In den letzten 10 Minuten werden wir einfach mal ein bisschen rumrennen, sodass wir vielleicht ein anderes Dorf finden oder so. Aber somit haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Materialien wie Kohle oder wie Eisen oder wie Baum und so. Und dann können wir uns auch ein bisschen mehr trauen, hier durch die Landschaft zu reisen. Also so traue ich mich noch nicht richtig. Aber so ganz viel Kohle, das ist schon nicht schlecht. Und unsere Spitzhacker hält irgendwie ganz schön viel ausfällt mir gerade auf. Wir hören wieder ein paar Zombies. Gleich gibt es wieder ein bisschen Haue. Oder er kommt von hinten. Weil wir wissen, die Zombies sind nicht gerade... Was sagt man dazu? Sind nicht gerade sehr hetero. So, wir hätten mal genug Kohle, würde ich meinen. Und mal just for fun, bauen wir uns mal ein bisschen runter hier. Bam. Boom. 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 Ah. Ach. Mir egal jetzt. Cola haben wir genug. So, hier ist es noch ein bisschen dunkel, ne? Oh, das ist ja geil. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Aber wenn wir jetzt hier lang laufen, finden wir wahrscheinlich unsere Tunnel nicht mehr... Also unsere Haus nicht mehr. Ja, wir können ja sterben, wenn wir das Dorf gefunden haben, da... Ich finde, man sollte bei Minecraft man schon Checkpoints machen können. So irgendwas bauen, so ein Checkpoint halt. Das wäre mal cool. Meinmal verläuft sich ja ganz schnell mal. Ich weiß, man kann sich auch eine Karte machen, ohne Probleme. Wisse ich gerade zwar nicht wie, aber... Finde ich auch jetzt noch ein persönliches bisschen unnötig, jetzt noch zu machen. Ah, warte mal, hier ist unsere Wuttenplanen-Kiste. Können wir mal hier durchrennen, durch die Höhle. Komm, sprint mal. Ah. Ich höre wieder gleich... Ich höre gerade wieder entspannte Musik. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle gefunden. Das hauen wir natürlich ja schön raus hier aus den schönen Steinen. Ich denke mal, der Stein ist ja uns nicht böse, oder? Dann nehmen wir auch gleich mit, damit er auch nicht traurig ist. So. Ich würde sagen, wir haben schon wieder zu viel Kohle. Ach, niemand kann zu viel Kohle haben. Das ist wie mit dem Öl. Wer hat schon gerne zu viel Öl? Desto mehr man Öl hat, desto mehr Geld hat man. Und bam, fertig, aus. Und hier ist noch ein bisschen mehr Kohle. Wir sind ja nicht gierig. Wir sind nur... Ähm... Ja, jetzt fällt mir kein passendes Wort dazu ein, was uns irgendwie ausdrücken könnte, dass wir nicht gierig sind. Ja, ja, ich weiß, ja. Ah, komm, das kundschaften wir hier noch schön aus. Ich höre jetzt schon Wasser. Ich könnte spannend werden. So, hier unten gucken wir auch noch. Nicht vergessen, wir haben jetzt Hart eingestellt. Und wir sind ja nur mit Steinwaffen. Ja, ja, die Klappe. So. Gleich noch mehr Kohle. Und wie schon gesagt, wir sind ja nicht gierig. Die Höhle hat ja genug. Hoffen wir ebenfalls. Oh ja, die hat genug. Die hat genug. Wir klauen zwar das meiste, aber... Wie oft soll ich es noch sagen, wir sind nicht gierig. Die Musik könnt ihr zwar nicht hören, wahrscheinlich, da da mein Mikro so hässlich ist und deswegen so sehr, sehr rauscht. Aber bald habe ich da das schöne... G-35. Boah. Jetzt habe ich die fünfte vergessen. So. Oh. Na ja, klar, dass wir wieder etwas Interessantes finden. Wasser mal weg hier. Hm. Doch nicht so interessant. Ah! Pass mal auf, Steinchen. Das kann voll in die Hose gehen. Ich muss sagen, wir gehen hier runter. Ah, waren wir schon, ne? Oh, jetzt verlaufen wir uns wieder so toll. Hier ist es noch ein bisschen zu dunkel. Wir hören noch ein Skelett. Ey, warte mal. Was geht denn hier ab? Ein Spawner. Da fickt mich doch einer. Entschuldigung, das musste jetzt aber sein. Wir haben zwei Spawner gefunden. Innerhalb von fünf Parts sind einander. Das ist doch geil. Ein Zombie-Spawner. Brot mitnehmen, Brot mitnehmen, Redstone mitnehmen, Redstone mitnehmen. Eisen mitnehmen, Schnur mitnehmen, Schnur mitnehmen. Ein Sattel mitnehmen, Brot mitnehmen. So, dann hätten wir hier auch noch schön einen Spawner gefunden. Den hätten wir hier auch noch schön öffnen, damit wir auch den verlieren. Oh, den sieht man immer. Hätten wir unseren Spawner auch noch gefunden. Hier, damit wir noch mal einen zum Spielen haben für später. Ah, hier geht's runter. Hier ist auf jeden Fall noch was. Sag's doch. Wow. Mach mal einen Rügen. Oh. Nisch mit mir. Aua. Alter. Oh. Wie schnell wir nicht verrecken können. Scheiße, Scheiße. Komm, 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 komm. Ich brauch Leben. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Mehr Leben. Man verreckt sich so schnell. Mehr Leben. Mehr Leben. Wohin da. Wow. Fuh, 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 fuh. Bam. Da, 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 da. Tututututu. Und das war ja natürlich übelst umsonst, aber machen wir mal. Vielleicht ist hier auch noch was. Ist hier halt wieder am Level ab. Ich hab keine Ahnung, was hier Level abspringen. Damit ihr vorher Bescheid wisst. Wir hätten hier fast alles verloren von Kohle und so. Aber das hat sich hier gelohnt. Wir haben hier Kohle ohne Ende. Wir könnten hier gleich einen Markt aufmachen. Einen Kohlemarkt. Kinderarbeit würde abgeschafft werden. So gehört das. Medienarbeit ist halt scheiße. Aber wir sind dazu geeignet. Ihr habt's auch gesehen. Wir können Skelett bekämpfen. Wir können Creeper bekämpfen. Normale Zombies bekämpfen. Wir können Enderman bekämpfen. Ich würd sagen, wir sind Profis für die Medienarbeit. Also beim Bewerbungsgespräch kommt das richtig gut, dass ihr Minecraft gespielt habt. Naja, aber ein Medienarbeiter, denke ich, hat kein Bewerbungsgespräch. Außer für Krankheiten. Man weiß es ja nicht. Die letzte Folge kann ja egal wie lang gehen. Ich meine, die letzte Folge ist ja was Besonderes. Die kann ja mal... auch mal 15 Minuten gehen. Oder mal 20 Minuten. Und raus aus dem Höllen-Bollwerk hier. Ja, W.O.W. Insider von der Win-Man. Schon wieder ein paar Spinnen. Ich hör' Wasser. Hier hör' ich Wasser. Ganz klar. Irgendwo hier halt. Ich weiß gar nicht, wo lang. Aber das kennen wir ja langsam von mir, dass ich nicht weiß, wo lang... Dann, 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 dann... Du, 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 du... Wir haben mir das Loch gegraben. Ähm... Ja, sind wir lang gelaufen. Hier lang, da lang. Ja, das ist... Das ist... Spawnpunkt. Ja, wusste ich... Ich weiß, ich könnte mich auch so rausbuddeln, aber das wäre ein bisschen scheiße, aber ich denn überhaupt nicht weiß, wo lang. Da hinten, das sieht aus wie Tageslicht. Aha, sieht so echt aus. Ich bekomme gerade Kopfschmerzen. Ich kriege eine Starre, dass ich hier zum zehnten Mal im Kreis laufe. Fünfzehn. Hier läuft schon wieder irgendwas rum. Ach, halt die Fresse. Hier ist alles ausgeleuchtet. Du kannst nicht, ja nicht... Spawnen! Bisschen groves, die Höhle, ne? Also, wir haben uns ja durchgekämpft. Das war ja schon wieder länger her. So viel Kohle, ey. Haha, leck mich, ja Mocker. Gehen wir mal hier lang. Hier waren wir ja noch nicht. Zwinker, Zwinker. Okay, 20 Mal. Wir haben es geschafft. Ja, Taps, was im Wasser? Wir gehen ja voll den falschen Weg. Hoch. Ah. Und natürlich ist es dunkel. Weil ich hätte das nicht gedacht. Deswegen Taps ist da draußen so rum. Wo ist denn hier Wasser? Da ist unsere Hütte, wie geil ist das denn? Du müsstest ja aufpassen auf den komischen Skelett da. Ja, das hast du nicht gesehen. Also hier werden wir erstmal aus... Oh, kacke. Wow, 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 erstmal mischen. Ein bisschen campen hier. Horst du erst mal. Oh. овали